Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Dark Forces, sorry, und der letzten Mission, die Arkhamer, die, glaube ich, letzte Mission. Ja, und wir starten noch gleich mal rein. Das kennen wir ja schon. Mission 14, die Arkhamer, das dunkle Erwachen. Hintergrund. Die Arkhamer ist ein großer Kreuzer, der sowohl als Konstruktionsfabrik als auch als Startplattform für die Dark Trooper dient. Die Kiste außer Gefecht zu setzen, wird ein ganz schönes Stückchen Arbeit. Ich bin sicher, dass du es schaffst, aber bilde dir nicht zu viel darauf ein. Das sind übrigens die Dark Trooper. Ich muss, glaube ich, mal einen Schluck trinken gleich. Ach, doof, wenn man Aufnahmen startet und merkt, dass man einen Frosch immer als hat. Super. So, jetzt bin ich wieder da. Mit Räuspern. Sehr professionell, aber ich meine, es ist ja Spaß. Mission. Sobald du an Bord bist, musst du die drei Austauschrohre suchen, die direkt in das zentrale Energienetz führen. Natürlich wieder. Also, es gibt wieder drei Rohre, die ins zentrale Energienetz führen. Wenn man die drei kaputt macht oder sprengt, ist alles. Es ist Ende. Bring an jedem Rohr eine Sprengladung an. Die Rohre werden sich höchstwahrscheinlich in kleinen Nischen tief im Inneren der Ahrkämmer befinden. Wenn du die Sprengladung scharf gemacht hast, flieh in einer imperialen Fähre. Versuche nicht, den Helden zu spielen und komm heil zurück. Missionsziele lege. Die erste Sprengsatz, die zweite Sprengsatz, die dritte Sprengsatz. Kehre in den Hangar zurück und flieh mit einer imperialen Fähre. Start. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Hier sind wir. Kann ich hier was drücken? Oha, ja, ja. Ich hab... Jungs, okay, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist nicht cool. Geh du, bleib wo du bist! Oh, da ist ja einer. Oh. Wo ist der da hinten gewesen? Ne, hier will ich nicht runterfallen. Vielleicht schon, wenn ich hier so aus Versehen runtergefallen bin. Ich nehm mal wieder das hier. Ja, komm. Oh, ei, 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 ei. Ich nehm das hier wieder. Ich treffe ja wieder gar nichts. Super. So. Ja. Ist eh die letzte Mission. Wir können die... Muni raushauen hier. Wir können die verballern. Und wofür bin ich jetzt hier? Für nichts, oder was? Ach, da müssen wir hoch. Ach, da müssen wir wahrscheinlich irgendwo anstellen. Ja, und den machen wir nochmal fertig. Ah, die Musik ist gerade schon ziemlich laut. Was, was ist das? Was zur... Junge, ich bin fast tot. Was zur... Was? Alter. Jetzt, jetzt hauen sie nochmal rein, oder was? Ach, ich muss da jetzt nochmal vorbei? Ach, ne. Das kann ich kaputt machen. Das muss man erstmal wissen, dass das so ein komischer Schwenkarm ist. Also jetzt mal ungelogen. Das muss man erstmal wissen. Ach, jetzt muss ich wieder nach oben, ne? Ach, das ist wunderbar. Hin und her. Und her und hin. Hin und zurück. So, und da war doch irgendwo einer hier. Ich hab dich gesehen, Kollege. Genau da. Da sind doch bestimmt noch tausend andere. So, ein bisschen Leben wäre ganz gut. Ich hab nämlich durch diesen Arm einfach mal hart alles fast verloren. Das ist sehr ungeil gewesen. Oh, what the fuck? Was? Ey, da musst du erstmal drauf kommen, dass hier so Dinger stehen. Junge, das ist doch... Ist doch nicht euer Ernst. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch nicht mehr Firebar. Hier sieht das doch aus, als wäre hier irgendwie genau ein Fahrstuhl. Das ist schon wieder so ein Arm. Ah. Ach, guck. Mann, das ist mit diesen Armen, ne? Was ist denn da los? So. Geht doch. Jetzt kümmere ich mich um diesen komischen Arm. Kollege, du gehst mir hart auf den Sack. Einfach, die greifen wirklich nur die Lebenspunkte an, ne? Wo? Über mir. Da kam ich zwar grad her und da war nix mehr, aber hey. Ne, da ist sogar einer. Der hat mich durch die Wand gesehen. Der ist wohl... Der ist wohl zu Recht hier, ähm... Special. Aber ich weiß... Sind das nicht die Piloten oder sind das Offiziere? Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Ich glaube immer, dass... Ich dachte immer, dass das die Offiziere sind. Und ich glaube, das stimmt auch. Was? Was? Wo denn? Alter. Doch von oben. Doch nicht so special. Ey, muss ich da jetzt wirklich rüber springen? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Ah, es geht. Ah, Junge. Die Dinger sind so ätzend. Supersch... Ja. Ey, ich hab mal vorher gewusst. Ja, komm doch einfach mal runter, Junge. Komm doch einfach mal runter, Junge. Ah, geht doch. Kommt da noch einer? Merken. Auf acht. Auf acht ist diese Waffe. Ja, noch mehr von euch. Ich find's gut. So. Ach, Junge. Ja, okay. Ich weiß. Ihr steht alle gerne irgendwo neben Aufzügen. Weiß der Geier warum. Weiß der Geier warum die immer nach... Äh, immer neben Aufzügen stehen. Ich mein ganz ehrlich, das macht doch keiner. Oder steht ihr im Büro neben einem Aufzug die ganze Zeit und wartet einfach darauf, dass einer kommt. Ne, ne? So, ja, und ich verletze dich auch. Schön. Hier ist jetzt nichts, oder was? Nur, äh, abgeschnittene Tür. Wo ich nicht mehr durchkomme? What? Ist das hier so eine Art Falle, oder? Ach, hier ist ein Gang. Ich dachte, das wäre Weltraum. Boah. Ey, Jungs, das ist doch... Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Jetzt mal ganz ernst. Ah. Wo kommst du denn schon wieder her? Ah, das ist doch nicht euer Ernst. Dieses Level. Ja, gut. Gut ausgetrickst. So, eventuell ist ja da draußen jetzt was offen. Wo ich rüberspringen kann, oder? Muss, oder... Bin ich, bin ich... Ich bin da drauf. Wie soll ich denn da drankommen? Äh, hä? Was? Wie zur Hölle soll ich denn da drankommen? Der einzige, was ich mir denken kann, ist da rüberspringen, das schnell aktivieren. Aber was bringt mir das? Ja, drau schießen kann ich nicht. Das geht tatsächlich. Ist das bescheuert. Ist das bescheuert. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich beeilen, ne? So. Ne, muss ich nicht. Okay. Ach ja, ist das schön. Ich hab's zumindest aktiviert. Ich hoffe, es bleibt aktiviert, weil, äh, ja. Der Knopf hängt da total bescheuert. Es bleibt aktiviert. Ich bin, ich bin zufrieden. So, was haben wir in die... Oh nein. Ja. Doch. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwo runtergefallen. Das ist nicht gut. Warum falle ich irgendwo runter? Oh, das ist auch nicht gut. Aber, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ah, okay. Ja, das brauch ich jetzt gerade aber nicht. Also hier, äh, hoch. Ach, nicht schon wieder. Ah, was zur Hölle, Mann? Das ist doch bescheuert. Wo ist... Was? Ach, nee, das wollte ich nicht. Ja, super. Boah, ist das bescheuert, ey. Mann. Jetzt lass mich raten, es liegt auch nicht mehr die Heilung da. Hier komm ich nicht rein. Wieso komm ich da nicht rein? Oh. Geh doch einfach kaputt. Wo ist der? Wo ist er? Okay. Ich muss da irgendwie hin. So komm ich da nicht dran, ne? Okay. Ja. Schön, wenn man weiß, was man machen muss. So, wo könnte ich denn hier nochmal hin? Oh, 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 oh. Was ist denn da oben? Da komm ich nicht einfach so hin, ne? Nee. Ah, und da unten ist das auch nicht mehr. Super. Jetzt kann ich mich mit dem Dark Trooper anlegen. Der ist hier drin! Der ist hier drin! Ey, Digga, das ist doch nicht gut. Weg, weg! Ja, ach komm, der ist da mit in dem scheiß Aufzug. Was soll ich denn da machen, Alter? Ey, jetzt mal ungelogen! Seid ihr bescheuert? Der steht da einfach im Aufzug. Ey, Junge, das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Ach, Junge, ey. Kann ich hier was sprengen oder so? Natürlich verletze ich mich selbst damit. Ey, aber das ist nicht feierbar, wenn ein Dark Trooper in den Aufzug springt. Also, sorry. Das ist einfach nicht feierbar. Ich meine ganz ehrlich, wie bescheuert ist das denn bitte? Der jumpt da einfach rein, wie so ein Assi, ey. Ich muss da hin, ne? Und der steht doch jetzt schon wieder im Aufzug. Ja, natürlich steht er schon wieder im Aufzug. Ja, ich weiß. Jetzt schießt du wieder auf mich, du dummes Stück Scheiße. Oh, warte mal. Wenn der da unten ist? Mach ich das hier mit? Ja, komm, ey. Die fliegt da nicht runter. Die explodiert in die Luft. Ey, wie soll ich das denn machen? Oh, ich hab ihn. Ey, das ist trotzdem total bescheuert gewesen. Das hat mich jetzt zwei Leben gekostet. Ich meine, mir ist klar, dass ihr Dark Trooper sind. Das wäre auch bescheuert, wenn nicht. Aber ey, doch nicht in einem scheiß Aufzug. So, ja. Die kriegen wir auch gut klein. Bisschen Leben wäre mal schön. Und vielleicht noch ein extra Leben oder so. Keine Ahnung. Ja, er steht einfach auch wieder um die Ecke. Das ist total toll. Das ist total toll. Was ist das eigentlich nochmal? Oh, das ist diese Dark Trooper Waffe. Oh, ja. Schön. So, wo müssen wir lang? Oh, Leben. Schön. Sehr schön. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich lang muss. Wir müssen ja irgendwie hier dieses Ding in die Luft springen. Eins hab ich schon gefunden, da kam ich nicht dran. Das ist auch toll. Das ist auch toll. Jetzt seien ich, ich bin hier ganz umsonst die ganze Zeit drauf gegangen, weil ich hier gar nicht hin muss. Dann dreh ich so geflissentlich durch. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Wenn ich hier runterspringe. Kann ich auch nirgends wo drauf schießen, ne? Ah, das sind Raketen. Ah, okay. Ich, ich, ich verstehe. Obwohl wir nicht voll haben, können wir die nicht aufnehmen oder was das auch immer ist. Keine Ahnung. Ah. Ja, das ist jetzt hier eine Sackgasse oder was? Fett. Oh, Freunde. Ah ja, wollte ich hier eh mal gucken, wie viele Etagen hat das Ding und bestimmt so elendig viel. Oh, drei U's. Oh, das geht noch. Und trotzdem hab ich grad keine Ahnung, wo ich hin muss. So, hier. Ja, da unten kann ich nirgends wo hin. So. Was übersehe ich denn hier vielleicht, was? Ey. Boah, hier ist überall, äh, Rotation und ich weiss nicht wo. Ey, wie soll ich denn da hochkommen wieder? Ey, Freunde, das ist doch... Das ist sau bescheuert. Da hoch. Komm ich da rüber? Oh, ich komm da rüber. Oh, schön. Was? Hier bin ich? Du verarschst mich. Du verarschst mich doch. Du verarschst mich doch, Junge. Da bin ich? Da hab ich die ganze Zeit. No. Okay. Ach, ja. Es ist... Ein Traum. Aber gut. Wir... haben hier alles soweit geklärt. Es ist zumindest ein kleiner Trost. Das ist zumindest ein kleiner Trost. Oh Mann, ey. Dieses Level gefällt mir nicht. So, mal gucken. Wo haben wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Zwei, drei... Da haben wir noch gar nichts gefunden. Ist das alles die Etage hier? Das ist doch bescheuert. Wo soll ich denn hin? Da kamen wir her. Da kamen wir her. Ja, hier war ich auch schon. Das ist hier unten, dieser Gang. Ja, hier kam ich ja nicht rein. Da müsste ich rüberspringen. Ah, Moment. Bin ich jetzt hier? Ne. Nö. Ach, ich verstehe die Karte auch nicht. Das ist echt... Wurst. Wurst. Okay, wenigstens bleibt das aktiviert. Wenigstens bleibt das aktiviert. Oh, er fällt einfach runter, Mann. Du Lauch. So. Ah. Weiter geht's im Text. Rüber, genau. Ach, hier ist ja nur das, wo die hier standen. Ne, jetzt noch einer steht, wäre ich sauer. Ich hab die immerhin beide... Äh, alle drei geklatscht. So. Wie komm ich denn hier rein? Ja, hier muss ich doch durch. Also, ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ja, wie muss ich denn da rein, Mann? Ach. Ist nicht dein Ernst. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ach. Das kann ich wahrscheinlich auch durch die Tür. Und mich mit noch mehr Dark Trooper'n fetzen. Ja. Super. So, da wir da durchgekommen sind, müsste das jetzt hier sein. Ja. Meine auch. Schön, dass man dich nicht sieht. Schön, dass man dich nicht sieht. Schön, dass man dich nicht sieht. Okay. Oh, what the fuck? Ja, wie soll man das denn schaffen, Mann? Die Jungen, das ist doch, ey Ach, ein extra Leben, aber Oh, wunderbar Ey, jetzt sag ich nicht, ich muss da wieder zurück Das würde mich jetzt abfacken, Mann Weil dann bräuchte ich das extra Leben auch nicht mehr Oh Komm ich nicht da durch Bitte Oh, ich muss da jetzt zurück Nein Mann, ist das bescheuert, ey Oh Oh, ich da komme nie lang So Leben, Schild, das wäre jetzt alles richtig gut Okay, da komme ich nicht durch Die kann ich nichts betätigen, ne? Ne Ich geh jetzt hier Die Wunderschöne Oh 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 Ich weiß nicht, ob man das so machen muss, aber ich hab's halt geschafft. Alles andere ist mir jetzt auch wurscht. Ja, ich weiß, ihr steht da unten und findet da total geil, mich hier zu beschießen. Ciao. Boah, Freunde, macht doch nicht sowas. Hier bin ich reingekommen, naja, da müsstet man hier aufgehen. Ach, Junge, ey. Er ist unter Geschoss 1. Das ist 0. Ja, irgendwo, irgendwo ist 0. Da ist 0. Untergeschoss 1 und untergeschoss 2. Und dann kommt nur noch untergeschoss 3 und dann bin ich froh. So. Erstmal alles hier vernichten, was mich vernichten könnte. Okay. Haben wir. Das ist so ein Ding, da will ich jetzt noch nicht drauf. Ich will erst gucken, was ich hier machen kann. Ist das ein Aufzug? Kommt da ein Dark Trooper mit? Nee. Bro. Bro. Das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding. Das ist das. Jawohl. So kann ich besser sehen. So. Oh, was machst du denn hier? So, das ist wichtig hier, ohne Scheiß. Hier ist nur Energie, okay. Das hätte ich mir auch sparen können. So, aber wir haben ein Schild. Das ist auch sehr wichtig. Ja, da komme ich nicht rüber. Also nicht gesprungen. Hallo. Nein. Wohin? Oh. Oh. Ey, das ist eine miese Scheiße, Junge. Alter, das ist doch nicht lustig. Ihr Sadisten. Ach, ich bin auch wieder hier. Hä? Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Auch genau an der Seite. Hä? Wo soll ich denn hin? Hier ist nur für runterfahren. Okay, ich schieße ja nicht mehr. Ich verstehe es gerade nicht. Aber ich glaube schon, dass ich da rüber muss. Weil was anderes würde sich mir jetzt hier nicht erschließen. Was anderes würde sich jetzt mir nicht erschließen. Komme ich da überhaupt rüber? Komme ich da überhaupt rüber? Ach, ja. Ich weiß das gar nicht. Ich mag sowas nicht. Wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Oder einfach... Ach, nein. Nein. Ich habe Bock nochmal hoch. Oh, nein. Ja. Ein Traum ist das. So, hier. Dann hier. Ja, ich muss da rüber. Das ist die Frage, wie? Okay, so nicht. Ich glaube, so komme ich da auch nicht rüber. Ich meine, ganz ehrlich. Das ist nicht Superman hier. Der kann da nicht so einen Kilometer springen. So, mal gucken, ob ich da rüber komme. Nö. Ach, das ist toll. Lösen wir erstmal die Scheiße hier aus. Damit wir hier nicht aus Versehen einmal reintreten. Auf der anderen Seite brauche ich das eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem einmal und habe mich dabei verletzt. So, Scheiße ist weg. Aber ich habe da jetzt auch nichts gesehen, wo ich hin könnte. Also, keine Ahnung. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schalter oder sowas? Ne, ne. Nö. Und alles, was ich da aktivieren konnte, habe ich glaube, hier aktiviert. Also, ich wäre auch ziemlich bescheuert, wenn das damit zusammenhängen würde. So. Ja, komm ich nicht rüber. Das schaffe ich nicht. Kann ich hier irgendwas drücken? Nö. Ne, das ist doch... Ne, da kann ich auch nicht drauf schießen. Das ist, weiß ich nicht. Bisschen, hä. Ja, komm mal hier hin. Kann ich die schon mal wegholen? Schießt du mich nicht mehr, Arschloch? So. Mal gucken. Vielleicht ist ja hier noch irgendein Knopf oder so. Ich ver... Hier noch nicht die Hoffnung. Aber, okay, ist nicht. Okay. Hoffnung verloren. Aber das ist doch jetzt schon wieder bescheuert. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ne, warte mal. Ich wollte ja was anderes einmal gucken, weil da jetzt nochmal runter zu springen, das bringt ja auch nichts. Hier kann ich nicht rein, ne, nein. Kann ich nur reingucken. Hier müssen wir auch irgendwo wahrscheinlich hin. So. Das ist zu weit weg. Das ist einfach zu weit weg. Ich kann da nirgends vorüber springen. Ah, was mach ich denn hier? Och. Och. Ja, zur Not muss ich echt mal nachgucken. Wie man das hier macht, weil... Mir leuchtet es gerade gar nicht ein. Oh, oder doch? Ah, nein, nein. So nicht. Nein. Ich kann da oben dran schießen. Ich kann da oben dran schießen. Wo muss ich denn jetzt hier raus, hier? So. Ich kann das abschießen. Oh. So. Und wenn ich das abschießen könnte... Das heißt dann, ja. Warte, geht das von da auch weg? Ne. Wenn ich das abschießen könnte, wäre das gut. Ich hätte, glaube ich, sogar fast getroffen. Ich muss ganz am Rand. Ich muss hier ganz am Rand. Ne. Ja, aber was anderes fällt mir jetzt echt nie ein. Ich glaube auch nicht, dass man... Oh Gott, ist nicht dein Ernst. Ich bin so blöd, ey. Och, bin ich blöd. Es tut mir leid. Ich bin einfach blöd. Alles klar. Sichtgerät aus, weil es leer ist, ne? Ja, toll. Jo. Ist nicht euer Ernst. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Was? Was ist das für ein dreckiges Level, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ist das ekelhaft. Ja, immer noch erschöpft. Toll. Ist das... Bescheuert. Jetzt komme ich hier nicht mehr lang. Also, jetzt... Hä? Ist das jetzt irgendwie so ein scheiß Geheimraum oder sowas? Ah, ne, hier. Aber war das... Warte mal, war das ein Geheimraum? Ach, das wollte ich nicht. War das ein Geheimraum? Jo. Wir haben Geheimräume entdeckt. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Nicht mehr da. Okay. Ich finde es übrigens auch saubescheuert, dass diese Brille, äh, dass die Batterien ausgehen. Und zwar relativ schnell. Stopp! 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 Ja. Gut, dass da tausend Stück auf einmal waren. Ey, ich will erst hier das haben. Da kommen wir nicht rein, ne? Wo bin ich denn da? Nein. Jetzt kommt die Frage, wo muss ich schütten? Wah. 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 Nein. Ah. Alles klar. Puh. Mach ihn fertig. Oh, Junge, ey. War das gerade ein Dark Trooper? Aber das ist einfach nur ein dunkler Stormtrooper. Thermaldetonatoren. Ah, Mann, ey. Ah, gut. Ich merke, das Ziel ist es auf jeden Fall, oben zu bleiben. Aber habe ich nicht ganz so falsch, äh, gehandelt. Ja. Oder das Ziel ist es einfach irgendwie so weit runter zu fallen, dass man... Ihr könnt mich. Ihr könnt mich richtig. Ihr kommt doch bestimmt gleich wieder irgendein Dark Trooper oder sowas. Hä? Wof. Wo muss ich denn hier lang? Ah, hier ist irgendwas. Ne. Hä? Ach, oder hier könnte ich auch noch runterfallen. Ah. Oh, ist das bescheuert, dass ihr euch respawnt, Mann. Da rechnet man einfach gar nicht mit. Nein. Ja. So. Jetzt muss ich gucken. Nein, 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 nein. Ah. Ah. Da. Okay, da geht's noch weiter. Ja, das, das, das meine ich. Jetzt kommt man wahrscheinlich hinten in diesen Bereich, wo die Tür ist. Oder auch nicht. Alter. Ach. Schön. Ja. In dem Bereich, wo die Tür ist. Ja. Ist schön, wenn der Auf... Ja. Ist ganz schön, wenn der Aufzug nicht kommt. Junge. Junge. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ach, ist das bescheuert. Mann, wer baut denn sowas hier einen Aufzug mit so einem Ding dran? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch blöd. Lünchen sollte man denen, der auf diese dämliche Idee kam. Ach. Ich halte es gedrückt. Ich bin, ich bin auch doof. Wo kommst du denn schon wieder her, Junge? Mach doch nicht sowas. Mach doch nicht sowas. Ich habe dich schon vermisst, Kollege. Schon mal gefragt, wo du bist. Okay, das läuft immer noch weiter. Ich glaube nicht, dass ich so weit zurück muss. Das wäre doch bescheuert. Mal gucken. Wo muss ich denn hin? Ja, da muss ich hin. Da, wo ich jetzt gerade herkam. Ach, da ist auch noch was. Da unten. Ach, ja. Ja. Da ist er wieder an diesem komischen Aufzug. Begeisterung steigt auf. Vor allem, weil alle Aufzüge stillgelegt sind. Nur der nicht. Haben sie nicht mitprogrammiert oder... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es extra so gemacht wurde. Weil es ist einfach nur bescheuert. Da irgendwas zu schaffen in dem Aufzug. Guck dir das an. Ja, ja, ja. Ach, da ist sowas. Okay. 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 Okay, das scheint nur für den Aufzug zu sein. Toll. Ja, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier runter muss. Ah, ich sollte mir das auch nicht vorstellen. Ich sollte einfach nächstes Mal runtergehen und gucken. Ja. Ich weiß nicht, woher er kommt. Hä? Nein! Ach, nicht immer runterfallen, Mann. Das ist doch bescheuert. Jetzt. Jetzt haben wir es wenigstens. Ach, oh, ein Rätsel. Was macht das Ding? Ich weiß nicht mal, was das Ding macht, Freunde. Ich weiß nicht mal, was es macht. Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder so bescheuert, Mann. Okay, das sieht schon mal gut aus. Was hat sich geändert? Ach das. Also ich muss irgendwie einen Gang machen, okay. Drei müsste dann das sein. Ja. Ja, zwei müsste das sein. Zwei muss nochmal nach oben. Nein, zwei muss nach oben. Nicht so weit nach oben. So. Nicht so weit nach oben. Ja. Okay, und alle müssen noch einen nach unten. Ja, jetzt passt das. Jetzt ist es auf einer Linie. Jetzt kommt die Frage, was soll ich denn da jetzt mit machen? Ach, okay. Ja. Ich check's. Ich check's. Boah, Dinger, diese Viecher. So. Ach, da ist es. Wo ist da? Wo ist hier der Knopf? Wo ist hier der Knopf? Wo ist hier der Knopf? Jetzt nur noch da zurückkehren. Und fertig werden. Wahrscheinlich will er nicht zurückkehren, sondern ein Aufhält machen. Ich hab's so im Gefühl. Ich hab's auch so im Gefühl, weil hier tausend solcher Sachen sind. Genau sowas hab ich im Gefühl. Wo ist er? Boah. Junge. Wieso ziehen die denn so viel ab? Übrigens Respekt an die Leute, die das Spiel wirklich auf, ähm, schwer durchspielen. Ihr habt meinen vollsten Respekt. Ungelogen. Ihr habt einen absoluten Respekt. Ist kein Spaß. Also, was hier dazu gehört, das ist auch sehr schwer zu, äh, schwer zu spielen. Ne. Kollege, hab ich keine Lust zu. Natürlich. Ich hab nur noch zwei Raketen. Muss ich jetzt hier hin? Ich spring da jetzt bestimmt nicht runter mit 69 Leben, Freunde. Ach, das sind Thermaldetonatoren. Was haben wir denn hier? Hier kann man sich verstecken. Oh. Munition, die ich nicht brauche. Schön. Hier muss ich auch nicht hin. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir Energiezellen. Okay. Ich hab versucht, die Lampe anzumachen. Das wollte nicht funktionieren. Ich kann irgendwie keine Munition mehr aufnehmen. Muss ich jetzt hier wirklich runter? Ach, ja. Ach, ich bin so bescheuert. Warum springen die einfach, Mann? Warum springen die einfach? Es ist lange her, dass ich einen Mann zum Kampf herausgefordert habe. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Ja, genau. Das ist das Ding. Bin ich schon hier? Auf der Stufe, wo ich mit ihm kämpfen muss. Ja, bin ich schon. Wo bist du? Ah! Yo! Yo! Digga, das ist doch nicht normal! Der steht ja neben mir! Ah! Ja, ich werde... Nächstes Mal werde ich direkt am Endkampf einfach einsteigen. Und dann war es das für mich erstmal für heute, weil ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Ah! Gut, ja. Wie gesagt, wir sehen uns dann im Endkampf. Ich schneide das wahrscheinlich sogar noch mit in dieses Video rein. Ansonsten, wenn ich es nicht mit reinschreibe, sage ich mal, bis dann. Und ja, bis zur letzten Folge. Oder halt bis zum Endkampf. Ciao. So. Da bin ich wieder. Und... Jetzt mit vier Leben und voller Gesundheit und vollem allem beim Endboss. Ja, schön. So. Der kriecht jetzt erst mal direkt. Wir kriegen jetzt auch erst mal direkt. Ich merke das schon. Na, komm. Da ist er. Da ist er. So. Jetzt holen wir dich. Kollege. Komm hoch. Ah! Wo ist der denn? Hehehe. Okay. Awesome. Yep. Ach, der kann da reinschießen. Nein, die anderen Dark Trooper konnten das übrigens nicht. Er steht doch gleich wieder neben mir. Okay, noch drei Leben. Ja, komm. Wo bist du? Da oben war er. Da oben war er. Du Arschloch. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, lach du nur. Ich will nicht wieder runter. Lass mich schön oben. Der kommt doch gleich eh wieder hoch. Ja, komm mal runter. Ja, komm mal runter, Kollege. Ja, komm mal runter, Kollege. Ach, geht doch, Alter. Geht doch. Und jetzt? Und jetzt? Nichts mehr weiter, oder was? Das war's jetzt? So, einfach so? Uuuh, tot. Toll. Ah, nee, jetzt muss ich hier lang. Ah. 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 Sehr gut. Guck. Oh, schön. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich hab doch jetzt, äh... Ich bin doch jetzt hier beim... beim Flieger. Ja, Missionsziele abgeschlossen. Juhu. Hahaha. Ja, und das war's dann, ne? Mit Dark Forces. Glaube ich zumindest. Wir gucken jetzt einfach. Nächste Mission. Ja. Ah, schön. Das ist ein Unglücklicher, aber geschlagen. Die macht einen starken Kartan. Oh. Off-Off-Off-Off-Arm 6 Jawoll! Star Wars Dark Forces! Ah! Wunderbar! Wunderbar! Ja! Sehr schön! Sind wir durch! Nice! Nice, 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 nice! Ach, Jungs, ey! Ein schönes Let's Play! Also von... Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan von sowas! Diesen alten 3D-Spielen! Diesen ersten 3D-Spielen! Ähm, auch wenn mich das jetzt gerade, dieses Spiel an einigen Stellen sehr abgefuckt hat, es ist wirklich ein geiles Spiel! Ja! Und für die damalige Zeit natürlich sensationell, so, ne? Die Story ist auch mehr oder weniger gut, wenn man sich damit abfinden kann, dass es auf einmal Dark Trooper erschaffen werden sollten und... Insgesamt wir, also wir insgesamt 5 oder 5 bis 10 Stück so gesehen haben. Ja, gut, ne? Und dass der am Ende dann so ein Über-Dark Trooper ist, der einfach mal noch 3 Meter größer ist, warum auch immer. Okay. Aber trotzdem cool! Auch die Story von Calcutta und alles und... Ja! Missionen waren auch schön! Waren zwar oft sehr frustrierend, selbst auf leicht, ich sag ja, ich bin in den Spielen leider nicht gut. Aber man muss einfach sagen, es war auch sehr abwechslungsreich. Zum Beispiel mit den Sprengköpfen legen und... Ja, okay, das müssten wir öfter machen, aber halt mit dem Weg dahin jetzt. Mit diesem fahrbaren Ding, dann auch mal so am Eis-Level und wo man dann auch dieses Giftzeug hat und alles, wo man dann eine Maske verwenden muss, die irgendwann den Geist aufgibt und scheiße. Ich sag ja, frustrierend, aber abwechslungsreich. Finde ich, finde ich gut. Ja. Ich lasse die Credits jetzt noch ein bisschen durchlaufen, weil ich weiß eh nicht, ob ich die jetzt komplett da reinschneiden kann, wegen der Musik. Schön. Beziehungsweise, ist ja immer so, ich habe ja auch ein paar Videos hochgeladen, die ist ein Copyright, da ist Werbung drauf. Die ist aber nicht von mir geschaltet, sondern von dem Copyright-Besitzer. Oder für den, zum Beispiel beim Full Throttle Remastered Let's Play. Ja. Das würde ich dann auch so drin lassen. Ich meine dann, okay, da ist da Werbung drauf, aber hey, scheiß drauf. Hauptsache, man hat das volle Ding mal gesehen und schön. Und das ist ja auch nur bei vereinzelten Folgen. Ja. Ja. Wunderbar. Wir sind durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Let's Play. Das nächste ist übrigens Zelda Scrolls Online. Da habe ich schon die Charakterentwicklung fertig. Wird wahrscheinlich auch bald hochkommen. Und ansonsten entweder Dark Forces 2. Ja, ich weiß, ich quäle mich gerne. Ja, das ist ja wirklich cool gewesen, das Spiel. Auch die Geschichte und alles. Und, ähm, das fand ich. Persönliche Meinung. Und, ähm, entweder Dark Forces 2, Fallout 1 oder Queen's Quest 2. Da überlege ich noch. Vielleicht mache ich auch alle mal ein bisschen. Vielleicht kommt auch mal wieder eine Cuphead-Folge. Da habe ich aber im Moment leider nicht so viel Bock drauf. Muss ich leider zugeben. Ist jetzt in Welt 3, auf Insel 3, so ein bisschen die Luft raus. Ähm, Halo Wars 2 kam ich auch noch nicht zu, das wieder aufzunehmen. Kommt auch, weil ich finde die Story auch enorm gut. Aber, ja, wie gesagt, man muss immer gucken, wie die Zeit stimmt. Und das ist dann auch bei Halo Wars 2 zumindest über die Xbox. Das ist dann auch immer so ein anderes Problem. Da muss die Technik funktionieren und, und, und. Kommt aber auch noch. Vielleicht auch mal wieder ein paar Folgen von 60 Seconds. Oder, äh, anderes, was ich da auch gelern habe. Beholder zum Beispiel. Sky Hill. Naja, mal gucken. Da bin ich, äh, wie ich gerade Bock habe. Ich mach dann, wie gesagt, aus Spaß. Und ich sag dann bis zum nächsten Display. Auf Wiedersehen.